ja eben ich möchte heute mit euch darüber sprechen über das über die debatte mit christian prinz und mit unserem elia nathan gut elia nathan hat das wort debatte mal kurz in den mund genommen was ja eigentlich total der witz war ja ich werde es ja auch sehr kurz machen danach und wie das geht hier mehr um eine rede zu elia nathan im anschluss deswegen werde ich das jetzt hier kurz machen diese diese was ja keine debatte sondern eher ein witz war ja warum das hier eigentlich geht falls das eine nicht verstandener ticket ist darum dass elia nathan christian prinz ja takia anwenden wollte ja und takia bei christian prinz anwenden wollte er also jetzt müsste man das lachen von elia ein spiel ja also wie er sich selbst auslachen unverschämt bei christian prinz elia ja du verstehst ja kein englisch habe oft gesehen wie du in dem in dem in den videos in seinen leibvideos dabei warst und oft geschrieben hast schade dass ich kein englisch verstehe weil da wüsstest du dass diese maschinen dass die diese typen absolute maschine ist erzählen ich habe mir schon längst erzählt hat gut machen wir mal das das palabra über dich am ende wir machen das hier ganz kurz ja hier ist gegen es ging darum fühlt die leute nicht verstanden warum es wirklich immer das war ja ein disaster ja er kann überhaupt kein englisch ruft da an gut er hat ja gewalt gedacht dass an mir kommt und übersetzt wollen das nicht vorenthalten ja aber trotzdem ja es ging darum um dieser satanischen verse die mohammed in den mund gelegt bekommen hat ja da gibt es ein buch darüber ein buch darüber von jemandem ganz ganz bekannten robert spencer david wood christian prince das sind ikonen ja die über dieses über diese sache sprechen ja sam ich weiß jetzt nachnamen nicht ja das ist das ist da haben es haben millionen von muslime den islam verlassen ja das ist wegen diesen satanischen vers ja wir machen das hier ganz kurz mit einem absatz ja ein zwei absätze machen wir das hier schachmann denn allah selbst ja was sagt denn allah was sagt denn allah über diese satan über 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 seine messenger allah sagt dass seine messenger ja seine gesandten ja von satan nicht berührt werden können ja der einzigste der von satan nie berührt worden ist ist jesus christus hier auf der welt gott klar sowieso nicht ja wir reden hier von auf der welt gott kam in die welt das vielleicht das wurde vielleicht das vielleicht wandelte unter uns am anfang war das wort das wort war gott ja wurde fleisch gott kam in die welt zu uns ich bin nicht von dieser welt trotzdem komme ich zu euch um euch eine möglichkeit zu geben aus eurer sünde ich von eurer sünde zu befreien wenn ihr an mich glaubt seid ihr errettet ja und so weiter simpel so der einzigste war dieser der auf dieser welt das wort gottes nicht von satan berührt worden ist und hier nochmal kurzes antwort video eine frage stimmt lieber parki türk islam islam stimmt eine frage habe ich vergessen die zu antworten das stimmt weil du geschrieben hast ich hätte alle frage fragen nicht nicht angewortet nicht 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 beantwortet oder doch jede einzelne was wieder gelogen ja in deinem video wieder gelogen dr sag mal denkst du sag mal seid ihr wirklich so behindert entschuldigung aber seid ihr wirklich so behindert ich guck doch was du redest und was du sagst und die anderen sehen doch auch und sehen dann ganz genau dass ich dir jede antwort befragt habe eine habe ich vergessen wahrscheinlich überlesen das kann ja mal passieren eine einzigste wie kann das sein dass jesus christus wenn er gott ist ist sich von jesus für fühlen lassen hat gott war ganz mensch und ganz gott ja wahrscheinlich hat das nicht mal satan gerafft ja denn satan ist ein engel wir sind die menschen ja satan ist auch kein gott ja ist auch nur ein engel wahrscheinlich hat er da auch nicht ganz gerafft ja weiß ich nicht kann ich nicht genau sagen ja also wie er sich gewagt hat gott zu verführen ja stimmt das ist auch ein mittel mittel gutes kriterium dass man fragen kann wie kann jesus in verführen wie kann satan jesus verführen paki ja paki türk islam islam jesus er hat es halt gemacht hat es nicht geschafft und hat ihn ganz klar ermahnt ja und hat ihn ganz klar ermahnt dass er das nicht tun soll gott nicht verführen soll jetzt denkst du das war aber ein schwaches argument natürlich damit du dich erstmal freust du guck mal er weiß gar nichts zu antworten ich habe dir gesagt du kannst dich fragen was willst ich werde dir alle antworten geben denn gott ist mit mir satan betete gott an einem stück 12.000 jahre an und einmal 30.000 jahre an die engel beten ständig gott an aber an einem stück ohne irgendwas anderes ja keine trompeten oder sonst was zu machen oder was auch immer die engel machen ja an einem stück 12.000 30.000 jahre so und satan als gott ihn dann ja verbande sagen wir mal hat satan gott darum gebeten guck mal was ich alles das ist sinngemäß dass man es versteht dass man es versteht ja bei mir immer dass man es versteht satan hat gott darum gebeten satan hat gott darum gebetet weil er ihnen so viel für gott auch getan hat ja das stimmt er war eine der besten engel darum da kam daher kam jetzt ein edelmut sein hochmut seine arroganz weil er dachte er wäre der beste so ungefähr denke ich mal ja wir haben ja und und wurde dann arrogant oder was ich soll für einen menschen mich für einen menschen verbeugen du hast uns aus feuer gemacht und den menschen aus werden weil beides elemente sind und das feuer der erde überhaupt gar nichts anhaben kann das feuer kann der erde nichts anhaben ja wenn sie wenn das feuer nicht selbst von gott gemacht ist ja das ist ein anderes feuer gut verstehst du mineral und hier ganz klar ich tu extra ein bisschen drum herum reden dass du dich freust ja ich bin ja auch so ein bisschen mache ich auch manchmal so ein bisschen ja und dann am ende den knockout zu geben falls du denkst du guck mal der kann gar nicht antworten keine sorge ich kann immer antworten und ja ich freue mich über es es macht spaß manchmal es ein bisschen in die irre nicht in die irre zu führen das machen wir nicht sondern sich freuen lassen ja so und dann knockout das macht auch tut mir leid ja macht mir halt eben spaß so und da ja jesus genau und satan hat darum gebeten ja saum satan hat darum gebeten dass er das andere statt die menschen zu verführen ja weil er so viel für gott auch getan hat und gott sagte weil er gerecht ist aus seiner gerechtigkeit heraus hat der satan ihn erlaubt hat gott den satan erlaubt den menschen zu verführen jetzt würdest du wirst du natürlich wieder sagen wie kann jesus verführt werden von gott wie kann menschen wie kann gott das alles zulassen so erlaubt er das dass satan versucht jesus zu verführen und die menschen zu verführen was ist das für ein gott noch mal das ist gerechtigkeit ja gott hätte satan auch zerstören können aber dann wäre nicht gerecht denn auch wir menschen machen fehler auch wir menschen sind sünder und wir haben nicht nicht wir menschen haben nicht mal ich erkläre dir das aber diesmal ohne drumherum sondern gleich haben wir menschen leben nicht mal ein bruchteil eines bruchteils eines bruchteils eines bruchteils eines auf dieser erde wir haben nicht annähernd das getan was ein engel für gott macht ja nicht annähernd wir können mehrere dinge tun weil wir können das wort verbreiten andere menschen vergeben ihnen helfen wir können in der in der in der in dem spektrum wenn das springt im spektrum nämlich dass man mehrere sachen tun ja weil die gotten gott die engel sind hauptsächlich da und gott anzubieten ihn zu huldigen ja die haben nicht so breite spektrum wie wir das aber sie haben tausende jahre gott für gott schon gibt getan ja sind auf die erde gekommen und haben den menschen nachrichten verbracht und so was ja so und wir nicht ja und gott hat aus gerechtigkeit ja satan der früher der engel war ja ihm weil er so viel getan hat schon für gott in ausgerechtigkeit erlaubt das zu tun denn uns die wir nicht nur eines ein bruchteil eines bruchteils eines bruchteils eines bruchteils leben so lange wie ein engel was haben wir schon für gott getan und dennoch tut aus gerechtigkeit die gnade jesus christus schicken dass wir eine chance haben in den himmel zu kommen obwohl was war mir schon getan verstehst du das ist die gerechtigkeit gottes er ist gerecht denn satan hat nicht gesagt lass mich auf die erde kommen die menschen töten dass mich auf die menschen auf die erde kommen und die ganzen bäume zerstören dass die menschen nicht mehr atmen können er hat gesagt er wollte das anrecht haben dass er uns verführen kann jetzt wirst du natürlich wie gesagt sagen wie was das wäre gott ja noch mal das ist die gerechtigkeit ja wir sind große sünder wir menschen wir sind große sünder und trotzdem haben wir gerechtigkeit von gott also hat ein engel auch erst recht gerechtigkeit von gott der tausende jahre gott gehuldigt hat dann ein fehler gemacht hat und verbannt wurde wir machen fehler nehmen den sohn an ja und bekommen da die bekommen die gnade und sind errettet ja weil wir an die gnade jesus christus glauben okay so mein lieber und jetzt kommt jesus war halb mensch halb gott er hat hier den jesus christus mensch versucht zu verführen nicht den gott schach schach matt digger schach matt er hatte den mensch er war 100 prozent mensch und 100 prozent gott er hatte den menschen versucht zu verführen aber 40 tage ja in der wüste ja das lange nichts gegessen hat nichts zu trinken gehabt und hat die schwäche des fleisches versucht auszunutzen ja und versucht die schwäche des fleisches zu verführen doch er vergaß dass ganz gott sein geist gottes das wort selbst in jesus christus ist wenn du mich siehst siehst du den vater so schau mal digger ich will so viel drumherum ich wollte dass du mich erst mal ein bisschen freust aber du siehst nur chance gegen christen mein freund alles klar gibt es auch so schuldigung soll nicht arrogant klingeln ist es einfach nur so die wahrheit so wir kommen zurück was ist los mit dem lieber freund ja dass du ein täucher und lügner bist das hast du schon im christentum gemacht als du deine freundin ja ex muslima verlässt den islam und hast sie dann in in tüchern und hin und herz verdeckt in den ja da sitzen lassen und wappeln lassen und hab dann da geredet ja du hast das täuschen und lügen schon im christentum gemacht ja warum habe ich dann auf den videos gut von dir geredet das gute behalte das schlechte verwerft ich habe dich schon vor einem jahr einmal vor einem jahr habe ich dich schon einmal und ganz klar kosovo erwähnt weil ich nicht mag namen zu nennen ich tue ein christen persönlich nie angreifen ich habe aber weil ich genau wusste ich wusste es irgendwann mal passiert ein ding ja dass ich dann auch ein bezug habe und hier in dem video ja und gesagt du bist doch kosovo dass du genau weißt dass dieses video an dich ging was schlechtes war habe ich immer du was gutes war habe ich auch gut gesprochen denn wenn du du hast dein werk getan du bist ob du bewusst unbewusst aus guten herzen aus schlechten herzen was auch immer nur gott kennt dein herz darum gerannt bist und die menschen sogar auch bekehrt dass zum christentum bestimmt dass er das gemacht den ein oder anderen ja das ist ja ein gutes werk ja dann rede ich davon natürlich gut aber das schlechte ja dass eine mir jetzt nicht sagt wieso hat er redet er jetzt auf einmal sich selbst sein sohn kommt und das gesetzlos ja ihr gesetzlos ihr wollt nicht mal ihr glaubt an einen gott ja der auf einmal einfach sich selbst sein sohn kommt und das gesetz abrogiert ja einfach das gesetz abrogiert als er widerspricht sich selber ja ein gott wieder gibt ein gesetz und dann löst er das gesetz wieder auf er hat doch einen neuen bund gebrochen er gebracht hat doch einen neuen bund gebracht tut einen neuen bund den alten bund aufheben oder ist der neue bund ja einen anderen weg den wir einschlagen können der weil wir den alten bund nicht einhalten können der neue bund uns erlöst die gnade ist doch aber nicht abrogiert worden ist denn der neue bund ja durch den neuen bund haben wir einen neuen weg jesus christus die gnade ja weil wir den alten bund nicht halten können weil wir das alte gesetz nicht halten können bekommen wir einen neuen bund das heißt aber nicht dass das alte bund deswegen jetzt abgeschafft ist das heißt wenn wir gegen den alten bund komplett verstoßen nutzt uns auch das glauben dann auch nicht denn das würde heißen aber ich glaube jetzt an jesus christus ja ich glaube jetzt an jesus christus aber ich auch das mädchen gefällt mir ich packe mal an arm und ziehe die mal in die umkleide im schwimmbad und mache mal mit der was ich will jesus vergibt mir sowieso so einfach dieses gesetz wir reden von diesem gesetz das zählt denn gott wird dich nicht in himmel kommen lassen wenn du an jesus christus glaubst ja und sagst du ich kann ihm machen was ich will das ist nämlich ja mit was passiert mit euch gesetzlosen schau dich an wo du jetzt bist nidje ist ein irrelehrer nidje ist ein irrelehrer ncms ist alles irrelehrer da guckst du nicht mal da guckst du noch nicht mal in die kamera ja ich weiß normalerweise man menschen die augen gucken aber du schaffst du nicht mal in die kamera zu gucken wie willst du es schaffen eine mensch in die augen zu schauen ja ich habe ganz ehrlich bei den letzten videos ja schon gesehen wie deine geistes klar ja ich habe schon gesehen wie in den letzten videos wie nun langsam ab trifft ist ja dieses runde der augen ja nur noch glatt ist ja und du zu küsschenpünz würde sagen zu einem esel wurde ist küsschenpünz würde das zu sagen zu einem geht das hat man schon gesehen in der letzten videos ja du hast schon gelogen am anfang an wie du gesagt hast ja und ich wusste sofort und ich wusste sofort das ist doch das doch deine freundin ja und machst uns da was vor ex muslima blablabla hast du uns hast schon im christentum getäuscht und gelogen ja warum habe ich warum habe ich das geduldet warum warum habe ich nicht ganz klar gesagt was du tust ganz ehrlich weil ich dachte du bist ein ex muslim wisst ihr was ihr nicht versteht freunde ex muslime ihr glaubt ex muslime werden christin oder atheisten werden christin und sie legen auf einmal alles weltliche ab heute ich bin seit dem ich fünf jahren alt ist das christentum ist ein prozess wisst ihr wie lange ich gebraucht habe um gewisse sachen abzulegen dass mich sachen nicht mehr interessieren und das ist doch ein prozess das klappt bei einem oder vielleicht bei einem oder anderen ja vielleicht ja ja bei dem klappt das vielleicht auf einmal in der woche und dann ist der punkt ja kann sein ja aber das ist doch ein prozess ihr werdet immer ja das ist doch ein prozess und ihr glaubt da kommt ex muslime ja genau wie ich hier gewarnt habe mit dem mit dem thema bin nicht wählen gehen ja da krieg ich noch drei desgleichs ja und ich habe gewarnt und jetzt ist es passiert ich habe gewarnt noch gesagt da kommt bei ex muslime ja kosovo als zeichen gegeben ex muslime als zeichen gegeben ja und gewarnt und jetzt seht ihr was los ist ja passt auf auf die wölfe im schafspilz auf die wölfe im schafspilz sie sind unter uns das ist die größte gefahr ja gewarnt 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 weil ich das gesehen habe weil ich das gesehen habe was da gerade in deutschland los ist leute ja weder christin oder angebliche christin nur gott kennt ihre herzen ich will ja nicht beurteilen das ich weiß es nicht an christin oder angebliche christin andere christinnen angreifen nichts besseres zu tun haben wo wir doch jeden christin brauchen aber gesetz lehrt oder gesetz nicht lehrt ist nicht was uns in den himmel bringt ist nichts schlechtes das gesetz zu lernen das schlechte verwerfen ist es schlecht das gesetz zu lernen durch das gesetz lehrt erkennen wir doch dass wir sünder sind und sie sagen euch ja erkennt nicht dass ihr sünder seid versteht ihr soll lieber elia ja mcm ist in ihre lehrer wo bist du jetzt wo bist du jetzt wo bist du jetzt was von einen auf den anderen tag elia von einen auf den anderen tag hat sich der geist komplett umgedreht und warum weil du die bibel hoch und runterlässt hoch und runterlässt ja schriften der menschen der jünger ja andere christen um die ohren schmeißt ich möchte ich meist durch schriften der jünger um die ohren die selbst keine propheten waren selbst von jesus nicht eingesetzt von gott nicht eingegeben waren selbst verstehen mussten jesus sie erklären musste und der ein jünger der der oft sehr oft immer gezweifelt hat wer war das seit demotheus glaube ich ja ich bin ich ich weiß jetzt nicht mehr genau da doch immer so oft so viel gezweifelt und wenn jesus nicht da war und aber ist das auch wirklich so und ihr wisst glaube ich ich meine ja ich bin kein bibelstudent das habe ich von anfang an gesagt okay so leute ja und von diesen menschen tut ihr euch die die von petrus und paulus und das doch nur menschen sind die auch fehler begangen haben per petrus hat saulus hat petrus korrigiert ja und es war doch nicht schlimm dafür ist doch die gemeinde da um den abgebrochenen zeit wieder aufzurichten das ist doch gar nicht schlimm wenn man ein fehler macht es sei denn es war aus dem bösen herzen einen fehler bewusst zu machen ja wir machen fehler dann ist die gemeinde da wisst ihr ich sag euch mal was ja glaubt ihr mir geht es gut oder glaubt ihr mir die wir sprechen uns geht es gut glaubt ihr das wir machen uns jeden tag gedanken haben wir auch die wahrheit gesprochen gott ich hoffe ich habe nichts hinzugefügt oder entfernt denn gerade weil wir sprechen wisst ihr wisst ihr was wir manchmal durch machen oder zumindestens ich ja gott zu beten vergib mir obwohl ich gar nicht weiß ob ich was falsches getan habe schon zu vergebung bitten obwohl ich es nicht mal weiß obwohl ich denke ich habe die laut mein verständnis dass mein verständnis passt mit der bibel und dennoch bete ich bete ich zu gott und wisst ihr wie schlecht es mir manchmal geht zu sagen oh gott ich bitte dich ja ich hoffe ich habe nichts hinzugefügt und entfernt und lass mich doch bitte die wahrheit sprechen und so weiter ihr christen kennt das ja die die echt sprechen weil wir genau weil wir genau wissen welche strafe auf zukommt wenn wir gehen wenn wir entfernen oder 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 ins hinzugefügt ja wir sprechen aus unseren verständnis heraus und ich erbitte jeden tag hoffentlich schreibt mir jemand hoffentlich schreibt mir mit wenn ich einen fehler machen korrigiert mich das mir so oft passiert als katholik war ich falsch wurde korrigiert und was war jetzt daran schlimm ich mache jetzt sogar videos ja ich habe keine angst ihr habt menschenangst ihr habt angst dass menschen euch kritisieren seid doch froh wenn sie euch kritisieren wenn sie euch eure fehler offenbaren dann könnt ihr um vergebung bitten in der gemeinde vergibt mir geschwister ja ich hab da falsch gelegen resa zum beispiel ja resa liebe resa menschen die wählen gehen gehen in die hölle ja cp kristin pinz hat ganz klar gesagt dass wir wählen sollen als christin dass wir wählen sollen laut deiner aus an die kristin pinz in die hölle liebe resa ja was meine ich jetzt jetzt musst du einsehen dass das falsch ist was du getan hast du nicht die leute einfach blocken sondern deine geschwister zuhören zu hören was sie sagen ja versteht ihr ich bin froh ich hoffe dass mir ein christ ja schreibt hier ja wie einmal mit den homosexuellen habe ich geschrieben ja mit den homosexuellen habe ich dass ich bin manchmal ein bisschen sprachfaul gebe ich zu habe ich geschrieben habt liebe mit ihnen ja habt damit aber gemeint warum weil sie weil wir selbst von ihnen welche er retten sogar priester werden münsche werden und das ablehnen ich meinte damit wir sollten sie damit nicht gleich angreifen und sagen die haben keine chance das meinte ich damit ja war mein fehler ich war ein bisschen sprachfrau und ein bruder hat mir sofort gesagt ich bin nicht einer meinung dass mit den homosexuellen christus gott ein kreuen ja natürlich das ist mir auch ein kreuen ihr seht ja was die homosexuellen machen die hassen uns wie die pest die haben uns die regenbogen geklaut ja ich weiß ganz genau was homosexuelle sind sie sind unser größter fein wisst ihr warum die den islam nach europa holen um die ganze welt weil homosexuelle an der macht sind und uns christen hassen und die muslime reinholen weil sie wissen dass die muslime uns töten ja der homosexuelle franzose ja der homosexuelle franzose die grünen die ja die grünen da sind genug homosexuelle transvestiten und was weiß ich was alles drin der homosexuelle kanadier ja easy ich kann alles bestätigen was ich sage die ihre ich kenne ihre geister ja ich habe homosexuelle früher verteidigt eltern die mütter sind zu mir gekommen zu mir mein bruder bitte ja ich habe in der echt krassen gegend gewohnt da wurden homosexuelle haben den stock genommen und den in den arsch gesteckt entschuldigung dass du redest in so eine zone habe ich gelebt und ich habe diese menschen geschützt weil die mütter zu mir kommen sie nach und haben gesagt verteidige sie bitte zu mir und zu meinem bruder und wir haben sie beschützt und dann jahre danach ja haben sie uns das messe in den rücken gesteckt ja ich weiß ganz genau wie homosexuelle sind ja und das ist was ich meine und der bruder hat mich ermahnt letztens hatten oder 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 ja darüber gesprochen und ich war froh darüber danke lieber bruder und meine schwester hat mir auch gesagt ich bin auch nicht deiner meinung mit trump und habe ich jetzt mit der diskutierte geploppt gut habt ihr studiert habt mir nachgeguckt über trump was ist denn da so los mit dem oder die familie und hin und her irgendwie mehr gedanken darüber gemacht ob meine schwester doch nicht vielleicht recht hat und habt ihr gedankt obwohl sie mir als mann zuhören soll laut korinther ihr habt menschenangst seid froh wenn menschen euch was erzählen lieber resa gut entschuldigung aber ich habe heute ich habe wirklich sehr viel sehr viel zu reden sehr viel zu sprechen ich mache jetzt hier glaube ich ein ganz langes video oder in mehreren teilen ja so kommen wir zurück auf auf das auf diese debatte die ja nur ein eine katastrophe war ja lieber lieber ich habe schon den namen vergessen du bist ja du bist mich schon raus aus meinem geist elianata von einem tag auf den anderen ja jetzt weiß ich wieder wo ich denke du wirfst dir die wörter hin und her ja und hast aber die wörter jesus christus selbst nicht gelesen oder nicht verstanden wirfst anderen christen die wörter von petrus und paulus und und was weiß ich wen hin und her doch wer den menschen vertraute sei verflucht selbst die jünger und die propheten waren nur menschen die propheten und hier haben einen vorteil weil sie mit gott von gott eingegeben waren und du vertraust hier den menschen und du sollst nur jesus vertrauen ich höre nur was jesus und was was der vater sagt nur darauf für euch nur darauf das ist was ich darauf vertraue denn die wahren zeugen sagt er zahlen ist der vater der sonne der heilige geist die wahren zeugen da steht nicht die wahren zeugen sind ihr müsst stricter werden leute ihr müsst absolut verstehen was 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 der vater euch sagt der wahre der wahre zeuge ist nur der vater der sonne und der heilige geist da steht nicht und die prophetin und die engel und die jünger da steht da nicht nehmt um gottes will ich will die jünger in den tiefen machen oder die propheten um gottes will versteht mich nicht falsch nehmt ihre lehrerin an überprüft im geiste was uns unsere jünger gesagt haben ja ihre lehrerin die propheten dies und das ja im geiste ob das mit gott übereinstimmt was dann jesus später sagt was wir durch johannes lernen ja und so weiter ja das hat auch nur mensch gesagt dein geist sagt ihr doch ganz klar du kennst doch in der liebe dass johannes die wahrheit spricht durch deinen geist überprüft im geist wenn wir die bibel lesen wenn wir die bibel lesen in der bibel überprüfen erkennen wir durch den geist dass johannes die wahrheit spricht denn es ist absolute hundertprozentige pure liebe ja liebe deinen feind liebe deine nächsten tun nicht dem was der tue nicht einem an was was nicht was was dir angetun wird mit dem stein ja der der ohne sünde ist soll den ersten stein werfen was was für wörter alter ja steht hier ein stein albert einstein niemand sprach so göttlich wie jesus christus hat ein bett einsteigen gesagt mir glaubt einen ganz anderen so einen ganzen universalen gott irgendwas anders der glaubte der jetzt nicht unser gott an der bibel aber auch gottgläubig glaubt an so eine andere art von gott ja und sagt trotzdem dass jesus ja wenn er das rafft wenn er das rafft ja so und wer bist du elian alt an laut christian prince bist du zum esel geworden ja entschuldige dass ich so mit dir rede aber woher nimmst du das du hast du mit muslim und den islam gelacht du hast kaputt gelacht ständig ja in den videos über die ja das ist doch ganz klar dein geist offenbart ich will dich jetzt hier nicht kritisieren diese gedanken hatte ich ständig ja ich bin auch hart zu muslimen aber sie sind hart zu uns ja in ihrer lehrer steht dass sie uns töten dürfen deswegen bin ich auch hart ja ich tu doch keine intoleranz tolerieren aber ich lache mich in dem video nicht kaputt über diese menschen ja ich gehe jede woche gehe ich mit nigerianen ghanesen und finnuna marokkanen afrikanen jede einmal in der woche treffen wir uns ja mit muslimen und ich lache denen nicht in die fresse ja ich zeige denen liebe und verständnis und habe geduld mit ihnen ja und ein freund von mir der ist jetzt gestorben eine der einen freund von mir der immer dahin geht der ist jetzt gestorben vor zwei wochen ich habe mit ihm über gott geredet hat gesagt ich bete satan ich glaube ich habe euch davon erzählt und ich habe ihm gesagt nein ich habe gesagt wenn du jemals gnade und jemals vergebung haben willst bete ihn nicht an erbitte ihn für welche irgendwelche weltlichen sachen das kann dir vielleicht gott geben aber wenn du gott den satan die zu zu deinem gott macht bitte gott dein herz versteckt verstocken etwas satan diese formierer sind ja sei schwach habe ich ihm gesagt von mir aus sei schwach ich verstehe das ja er bitte ihn dass du die menschen also drauf sind und dass er dann langsam und jetzt ist er gestorben er ist gestorben ist einfach umgekippt ist auch genau dort wo wir uns immer treffen ist er ausgelaufen umgefallen und tot ja ist das nicht traurig dass diese menschen in die hölle gehen und du lachst ja ich gebe zu dass das witzig ist was in der bibel was im koran wenn man steht ja ich gebe zu dass da vieles extrem witzig ist ja dass man urin pisse trinken soll dass das ein heilmittel ist und sowas darüber lache ich nicht das ist traurig ist das ja so du kommst in das video und wagst dich wirklich wagst dich zu lachen über christian prinz so wie du vorher über die anderen gelacht hast ja von einem tag auf den anderen ja löscht deine ganzen videos in youtube habe ich nur gehört von mcm ja und selbst christian prinz war traurig ja dass du den und hat sogar gesagt der kommt wahrscheinlich wieder zurück hat wahrscheinlich nur familienfamilien das problem ich mache mal hier kurz stopp machen gleich zwei ziele ja 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 ja